So, okay, da sind wir wieder. Auf der Ebene mit der schönen und das Wiest hier. Rache der Dame genannt, in den heraldischen Rui. So. Wir sehen, ob wir das jetzt endlich mal ein bisschen weiter schaffen. Ja, ich hatte gerade eben am Ende die Idee angebracht, mal kurz Celine oder Leon reinzutun. Ich glaube, das mache ich auch mal kurz. Celine hatte ich aber allerdings schon mal drin, also ich mache mal kurz Leon. In der Hoffnung, dass er hier seinen neuen Zauber mal einsetzt, hier. Ähm, auslöschen. Verbraucht 90 MP. Mal sehen, vielleicht setzt er ihn ja mal ein, dann habt ihr ihn auch schon mal gesehen. So, Zaubergewand für Rena. Uh, da geht die Verteidigung ganz schön hoch. Das ist doch mal sehr gut. So. Ah, mit den drei Füchern müssen wir mal gutteln. Zurecht, komm. Ah ja, da kommt, Extinction. Auslöschen. Der stärkste Angriffszauber von Leon. Ja, und man sieht schon, es geht ganz schön heftig daher. Und obwohl Leon gerade mal Level 34 ist, zieht er über 4000 ab gegen das Vieh. Oh, das ist irgendwo, dass er mich hat. Jo, Leon steigt drei Level. Ähm. So, mal sehen. Machen wir gleich mal hier das Speerzeug hoch. Fahnsinn müssen wir dafür hoch machen. So, und das reicht ja auch schon. Mache ich kurz noch Anstrengung hoch. So. Ähm. Tut dann nochmal kurz Selin rein. Mach bei der dann auch den Gefahren Sinn hoch. Das kostet ja nicht viel FP. Das heißt, so ein, zwei Level müssen eigentlich reichen. Das heißt, mit etwas Glück können wir die dann auch jetzt wieder aus dem Team raustun. Nach dem kleinen Kampf hier. Ja, ein Erkrieg-Pile, das wird uns sehr viel helfen jetzt. Ja, 600. Zieht so viel ab wie meine ganzen Strahlen hier. Da ist das richtig, ne? Okay, Selin steigt zwei Level und er lernt Gewitter. Gewitter kann man sich so vorstellen wie der Zaubergewitterwolke, den die anderen auch benutzen. Oder? Ne, Gewitter waren ein bisschen anders, aber das hatten auch die einen Endgegner da eingesetzt, hier in den Hoffmannsruinen. Der Zauber ist das genau. So, Fahnsinn. Okay, die war schon ziemlich hoch. Ähm. Gut, Ersatz. Hauen wir nochmal kurz Null rein. Und schauen wir bei seinen Fertigkeiten. Ah, der hat gefahren, schon auf 10. Das heißt, da fehlt nur noch Kisato. Ah, die hat noch keinen FP, weil die ist noch kein der Wille gestiegen. Ähm. Gut, gehen wir nochmal nach oben. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier nicht irgendwas Wildbewegendes passiert. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Ja, klasse. Ihh, Hilfe! Pass auf! Ja. Okay, und die... Äh, die Musik geht gleich wieder weg. Diese Situation einmal an einem anderen Ort. Hm. So, wir können jetzt entweder helfen oder nicht helfen. Aber wir sind so nett und helfen. Auch wenn wir gerade Ashen nicht im Team haben. Was ziemlich doof ist. An die Gegner haben wir schon mal besiegt. Da werden wir das ja wohl wieder schaffen. Hoffentlich. So, und da ich gerade mit Cloud hier zwei Leute auf einmal habe, äh, funktioniert das schon mal. So. Einer ist doch schon down. Wir setzen diesmal wenigstens auch nicht so auf Traumfrieden ein. Deswegen kriegen wir die, glaube ich, ganz schön gut hier in den Trennen. Jawohl. So, umgegen einen ist das dann auch kein Problem mehr. Und dann steigt Kisado bestimmt auch ein, zwei Level. So. So einfach geht's. Cloud steigt ein Level. Kisado steigt drei Level. Pflätze steigt ein Level. So, dann machen wir das doch auch. Ach, jetzt soll ich also dankbar sein, oder was? Stimmt's? Und wo ist dein komisches Monster? Ah, sie strechen sich die Trennen aus. Und legt sich aufs Maul. Aber sie hat was verloren. Hm. Na, das reißen wir uns doch mal gleich unter den Nagel. Das. Ist ein irrer Kämpfer. Okay. Mal schauen, was dieser irre Kämpfer drauf kann. Gisados Ausrüstung wurde automatisch aktualisiert. Ja, okay. Ähm, das wollte ich jetzt allerdings trotzdem nicht. Du überhältst mal schön deinen Funken erstmal. Ich werde das jetzt auch erstmal auf lassen. So, aber zuerst will ich jetzt hier deinen Gefahrensinn, der schon auf 10 ist, hoch machen. Okay. Umsonst geht's hat ein Level hochgebracht, aber naja. Gut. Ach, nicht Rena. So, ja, schon darfst du da rein. Okay. Ich wollte jetzt gucken, was das Ding kann. Dieser irre Kämpfer. Ein Neufer, die mit einem Schlag Wesen niederstrecken kann, die nicht von dieser Welt sind. In Klammern, sonderbare Feinde. Hm. Wer könnte denn ein sonderbarer Feind sein? Vielleicht die Echse? So, ihr seht schon, ähm, ist ungefähr so stark wie enttäuschte Hoffnung. Hat aber halt nur den Effekt, dass man damit, ähm, besondere Feinde kaputt machen kann. Aber, ja, das brauchen wir sogar jetzt. Denn, ja, damit kann man wirklich diese Echse besiegen. Au. Lass mich in Ruhe, ihr Mistviecher. Lass mich in Ruhe, ihr Mistviecher. Lass mich in Ruhe, ihr Mistviecher. So, okay. Das war ein guter Workout. Ah, da ist gerade der eine online gekommen. Ich hoffe mal, der schreibt mich jetzt nicht unbedingt an. Naja. Ich muss versuchen, oder sonst. Lass mich in Ruhe, ihr Mistviecher. Du brauchst ja zwischendurch ein bisschen mehr MP, aber... Wie gesagt, MP ist wirklich momentan nicht mehr unser Problem. Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass wir irgendwie momentan, aufgrund von zu wenig MP, sterben werden. Jo, hier kommen wir gerade aus der einen Tür raus, die wir mal vorhin nicht betreten konnten. Wow. Sieht so stark. Bleib auf! Hau! Ich werde mal ein bisschen... Ähm, ich werde mal ein bisschen... Ich fischer provoziere. You may think you can win over the hero of light. Ja, klasse. Das schreibt er mich auch schon an. Als hätte ich es geahnt, dass er mich anschreibt. Okay, ich mach kurz die Kampfzeiten und dann cutte ich mal kurz, damit ich mir antworten kann, weil... Ist ja auch doof, wenn ich mich einfach überhaupt nicht melde. So. Und für euch ist das ja nur ein kleiner Cut. Insofern... Ist das ja nicht so zeitaufwendig. Also bis gleich. So, okay. Weiter geht's. Ähm, ich glaube, wir müssen nach oben. Ja, genau. So, da wir jetzt eine Waffe gegen das Vieh haben, müssen wir das Vieh jetzt aber erst mal wieder finden. Ein Glück, dass ich weiß, wo es ist. Aber am Anfang muss man halt doch erst mal nochmal alle Räume durchsuchen, wenn man sonst nicht weiß, was man machen soll. Im Endeffekt ist er in einem Raum ganz am Anfang, wo sonst nichts drinne war und keine Drohlen mischt. Fettes wurde gerade getötet. Dein Fähnlicht kommt etwas spät, Rina. So. Schon viel besser. Ja! Ha, du bist getötet! So. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, um nochmal das Thema vom letzten Mal aufzugreifen, mit dem irgendwie... Man fühlt sich irgendwie, als wäre man total uninteressant. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, um nochmal aufzugreifen. So, um nochmal aufzugreifen. Also, um noch aufzugreifen. So, um das Thema vom letzten Mal aufzugreifen. Die Kämpfe kämpfen immer noch relativ häufig, also daran wird es wohl nicht gelegen haben. Ich glaube, ich kenne... ich habe eine... ich weiß eine Möglichkeit, wie ich das ein bisschen verringern kann. Allerdings weiß ich da gerade nicht, ob ich das Zeug dabei habe, was ich dafür gebrauche. Denn das... es gibt auch mit, ähm... Mit, äh, dem Musiktalent kann man nämlich, ähm... Kann man auch verschiedene Musik komponieren, wo eben auch weniger Monster auftauchen, oder auch mehr, oder so weiter. Ich will mal gucken, ob ich so ein Lied vielleicht machen kann, aber dafür brauche ich eben, ähm... Einmal so Füllfederhalter, um eben das Zeug komponieren zu können. Und dann brauche ich auch noch, ähm... Jeweils Dirigentenstäbe, jedes Mal, wenn ich das Zeug abspiele. Und ich weiß gerade gar nicht, ob ich das Zeug überhaupt habe. Deswegen muss ich einfach mal gucken. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, mit welchem Instrument man das alles spielen kann, weil mit jedem Instrument kann man was anderes machen. So, ich habe jetzt auch nur die Harmonika, Laia und Cembalo. Damit kann der Cloud gar, glaube ich, nicht umgehen. Ja, wir hatten nur noch einen Federhalter, insofern. Hat sich das auch schon vollkommen erledigt. Oder? Objekte? Super Spezialfähigkeiten? Orchester? Ah ja, okay, dafür braucht man schon genug Lieder. Gut, okay, dann nicht. Gut, also das klappt schon mal nicht. Joah, verdammtŞf! Dann werde ich vielleicht mal mich darum kümmern, dass ich mir mal das ganze Zeug dann zulege. Wenn ich den nächsten Boss-K Tips habe und ich eh hochgehe zum Speichern. Dass ich mir dann irgendwo mal so V Marshalfederhalt und so ein Zeug kaufen werde. Und dann eben damit die Lieder machen werde. So, hier ist das Vieh. Da ist der. Diesmal kriege ich ihn. Jo. Der Kampf ist relativ simpel jetzt,ja. Ihr müsst halt nur den Dingens ausgerüstet haben. Dann nehmt die Arena. kräftig ist nicht mit flammen cloud und co halten das ja natürlich schon auf und an einschlag und es ist so einfach kann das manchmal sein so und damit erhalten wir den roten lotus und das ist gleich bedeuten mit dem schlüssel den wir brauchen, so. Dazu bekommt jetzt Rena wieder ihren enttäuschte Hoffnung. Ach, und Kisado, wenn du den unbedingt haben willst. Dann nimm ihn dir halt. Ich brauche ihn nicht mehr. So, nochmal hier kurz ein bisschen Fähigkeiten. Finte hoch. Ach, provozieren, was er halt noch ein bisschen. Und Salto auch noch, so. Radar, Pietät, Mut. Nichts mehr da, um irgendwie Fähigkeiten zu stärken, deswegen mach ich jetzt einfach Radar nochmal hoch. So. Ashton, hast du noch irgendwas? Ähm, no, nicht wirklich. Machen wir einfach jetzt alles von oben nach unten durch. So, bei Rena auch. Normalerweise habe ich das ja immer hier zwischen den Parts gemacht, aber ich wollte das jetzt einfach gerade mal so zwischendurch jetzt mal kurz machen hier. Weil ich gerade einmal dabei war. So, bei dir ist das eigentlich auch so. Bei dir mache ich das jetzt auch einfach von oben nach unten weg. So, gut. Dann versuchen wir schon mal in die Richtung der Tür zu laufen, wo wir jetzt hin müssen. Wo wir dann den Roten Lotus einsetzen müssen. Und dann hätten wir auch innerhalb von ja, sagen wir mal zweieinhalb Parts diese Ebene dann auch abgeschlossen. und gehen dann auf zur fünften, äh, sechsten müsste das dann sein. Wenn wir dann sehen, wenn wir die Treppen runtergehen. So. Wir müssen erstmal wieder links hier. Und dann wieder nach unten. Erstmal müssen wir die Viecher hier killen. Die nicht sehr schwer zu killen sind. Wie man sieht. Auch wenn sie relativ schnell sind. Mäse Explosion macht sie dafür auch ganz schnell kalt. So. Ha, ob wir es wohl noch ein bisschen schaffen. Naja, okay, den Kampf werde ich vielleicht noch schaffen. Mal gucken, wenn wir uns beeilen. Geh und schau dich! 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 Ah, wird knapp. Das ist komm. Geh drauf. Okay, gut. Aber das ist auch geschafft. Also dann. Wir werden dieses Level dann im nächsten paar Bänden. Bis dann.